Und zwar Mario Lindner von der SPÖ. Vielen Dank, Herr Präsident, Frau Bundesministerin. Dieses Menschen gegeneinander ausspielen, und ich sage es jetzt genauer so, auch wenn ich einen Ordnungsruf bekommen würde, es kotzt mich an. Es ist nur schäbig. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich muss Ihnen natürlich für diese Aussage einen Ordnungsruf erteilen. Bitteschön, fahren Sie fort. Den nehme ich wirklich gern, Herr Präsident. Und liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich habe schon Arbeiterinnen gesagt. Die LGBTQ-Community in Österreich besteht aus mehr als 900.000 Menschen. Das ist mehr als vor Radlberg Einwohnerinnen hat, mehr als Tirol, mehr als Salzburg, mehr als Kärnten, mehr als das Burgenland. Und diese 900.000 Menschen, die sind Familie. So weit ist nun niemand mehr gemeldet. Vielen Dank.